Playstation Konami Tsitsi Japan Orakachi Japan Eho Kanano Konami Computer Entertainment Japan presents Hideo Kojima Gama Oder Game In dem Fall Alaska Beringsee The Game New Die Entsorgungsanlage für Atomwaffen auf Shadow Moses Island im Fox Archipel in Alaska wurde angegriffen und von Mitgliedern der Sondereinheit der nächsten Generation unter Führung von Foxhound Mitgliedern in ihre Gewalt gebracht. Sie fordern, dass die Regierung die sterblichen Überreste von Big Boss übergibt, werden ihre Forderungen nicht innerhalb von 24 Stunden erfüllt, zünden sie eine Atomwaffe. Die Mission hat zwei Ziele. Die Terroristen oder die Atomwaffen Von B wollen sie jemanden einschleusen? Wir können mit dem U-Board nahe an die Anlage heran. Was passiert dann? Wir schießen ein Ein-Mann-Landungsgerät ab. Bringen sie es so nahe wie möglich heran, werden sie es los. Dann müssen sie schwimmen. Hightech-Sondereinheit Foxhound. Ihre frühere Einheit. Und eine Einheit von der ich Commander war. Das heißt, es gibt sie noch. Sechs Foxhound Mitglieder sind am Terroristenangriff beteiligt. Tycho Mantis mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Kneipe Wolf, die schöne und tödliche Scharfschützin. Decoy Octopus, Meister der Verstellung. Falcon Raven, Riese und Schamane. Und Revolver Ocelot, Experte für Verhöre und gefährlicher Schütze. Und schließlich, ihr Befehlshaber. Foxhounds Kampfführer Liquid Snake. Liquid Snake. Der Mann, der ihren Codenamen teilt. Die Entsorgungsanlage erstreckt sich über die ganze Insel. Nach dem Eindrehen erhalten sie Anweisungen über Codec. Haben noch jemanden mit? Es ist wie immer eine Ein-Mann-Mission. Ausrüstung und Waffenbeschaffung vor Ort. Jawohl, diese Operation ist top secret. Erwarten Sie keinerlei Unterstützung und offizielle Seite. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metal Gear Solid. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metal Gear Solid. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metal Gear Solid. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metal Gear Solid. Und ich bin gespannt, was aus diesem Spiel wird. Ob ich das hier überhaupt schaffen kann mit meinen Fähigkeiten. Oder ob er eher jämmerlich versagen wird. Ich weiß nicht. Aber wir werden das gemeinsam herausfinden. Ich habe jetzt hier auch schon ca. eine Stunde von dem Spiel gespielt gehabt. Und dann hat mir Elgato gesagt, nee, ich will nicht. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Und dann war die Aufnahme hinüber. Das ist großartig. Das heißt, ich sage euch dann, bis wohin ich das dann gespielt habe. Also eine Stunde bin ich nicht persönlich sehr weit gekommen. Andere kommen dann ganz weiter als ich. Aber egal. Genug gelabert. Wir fangen an mit einem neuen Spiel. Spielen auf easy, weil ich bin Kackboon. Aufpassen. Er muss hier durch. Da bin ich sicher. Ich muss mich um meine lästige Aufgabe kümmern. Ich zurück! Hier Snaeck. Kärnel, hören Sie mich. Kein Problem. Wie sieht es aus Snaeck? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen. Passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140,85. Wer hätte es gedacht? Wenn Sie das Codec verwenden möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, gibt das Codec. Wenn Sie dieses Geräusch hören, drücken Sie die Select-Taste. Der Codec-Empfänger stimuliert direkt Ihren Gehörgang. Sie werden der Einzige sein, der es hören kann. Gut, okay. Ich bin unterwegs. Wenn du zu stark durchläufst, dann ist es halt schlecht. Es fängt schon wieder gut an. Es fängt schon wieder großartig an. Einfach nur großartig. Großartiger geht es gar nicht. Es ist like a Mammut. Mir reicht dazu nicht zu sagen, ja, hier, komm, machen wir mal Select. Auch wenn wir gerade verfolgt werden, ist gar nicht schlimm. Es gibt einen Aufzug, mit dem Sie ins Erdgeschoss fahren können. Nein. Bis der Aufzug nach unten kommt. Sie gehen besser in Deckung. Ja, ich sollte auch in Deckung gehen, weil sowieso hier gerade, ne, Verfolgung ist und so. Aber okay. Sie haben mich schon verloren. Gott sei Dank. Gut. Dann müssen wir nur noch warten, dass der Aufzug da runterfährt. Und, äh, ja, gucken wir mal, ob da irgendwer gleich mit runterkommt oder ob wir da einfach reindüsen können. Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, ne, ein Schleichspiel. Ein Schleichspiel hat viel mit Geduld zu tun, nichts zu bestürzen und so. Und, äh, ja. Wir kriegen das eh wie gemeinsam hin, denke ich, hoffe ich, glaube ich. Ich weiß nicht. Mal gucken. Durchsterben kann ich. Hinten würde auch noch eine Narration liegen. Habe ich davon jetzt was mitgenommen gehabt? Ja, genau. Das lag ja gerade hier in der Ecke. Wir können sowieso nur zwei davon mitnehmen, also ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich das da einfach mal liegen lasse. Weil ich weiß noch nicht so ganz, wie ich jetzt, äh, äh, die maximale Menge von den Dingern da erhöhen kann. Ah. Ah. Das war gerade selten dämlich. Das hätte böse enden können. Ähm. Oh Gott. Okay. Sie gehen wieder weg. So ein Stückchen zumindest. Wir müssen immer noch auf dem Fahrstuhl warten. Können ich nicht selber rufen. Wir müssen warten. Ne? Aber gut. Kriegen wir hin. Alles gar kein Problem. Wir müssen ja immer nur die Quelle jetzt hier durchlaufen, dann geht es da schon los. Ne? Zum Glück sind es ja gar nicht so viele oder sowas. Nein. So. So langsam müssen wir aber schon ans Ende kommen. Da. So. Und durch den Fahrstuhl sollen wir dann gleich durchgehen. Aber ihr seht schon auf dem Radar, da ist ein kleiner roter Punkt drin. Das bedeutet, da ist auch jemand drin. So müssen wir nur das richtige Timing abwarten, dass wir dann da einfach in den Fahrstuhl reingehen können. Das ist aber noch so ein anderer Depp. Finde ich nicht gut. Ich weiß, ihr seht das nicht, dass da jetzt ein anderer Depp ist wie eventuell, aber man muss halt so ein bisschen auf den Radar achten. Das wäre fast mein Tod gewesen. Oh shit. Oh shit. Er guckt eigentlich voll in meine Richtung. Okay. So. Jetzt auf in den Fahrstuhl. Hätten wir das auch geschafft. Und wir haben nicht ganz so lange gebraucht, wie ich das in der letzten Auftragsforschung gebraucht habe. Ah, okay. Und ich bin nicht einmal gestorben. Wow. Also beim letzten Mal bin ich ungelogen dreimal an der Stelle gestorben, weil ich verdammt scheiße bin. So. So, jetzt kommen die restlichen Querds hier. Er zieht sich hier mal kurz um. Ne? Weil, ist ja nicht verkehrt. Oh, und das ist unser Herr Solid. Äh, äh, Herr Snake. Sorry. Mein Fehler. Herr Snake. Was geht ab? Ach doch, KCE Japan nicht. CCE Japan. Hey, Magic, ihr Solid. Wir sind verletzt. Wir sind verletzt. Dach, bitte steigen Sie geradeaus aus. Ihr Snake. Ich bin in der Saugungsanlage. Ausgezeichnet Snake. Sie werden im Alter nicht langsamer. Wie geht das mit dem Sneakanzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar. Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antige Frierepeptide Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut. Freut mich, das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? Zwei F-16 sind in Kalena gestartet und zu ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen muss sie jeden Augenblick entdecken. Ein Hein-Di. Hörner. Was macht ein russischer Helikopter hier? Keine Ahnung. Ob es sich so ausfällt, ob unser kleines Ablenkungsvernöver geklappt hat. Jetzt ist Ihre Chance, um Unerkannt einzudringen. Wir und Unerkannt. Ich glaube, es hackt. Das werden wir doch niemals schaffen, Unerkannt irgendwo reinzukommen. Oder etwa doch. Es bleiben nur noch 18 Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Beeilen Sie sich! Wow! Der spinnt wohl! Einen Heinz bei diesem Wetter zu fliegen. Wer ist das? Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht vorgestellt. Dies ist Mayling. Sie wurde uns als Kommunikations- und EDV-Spezialistin zugewiesen. Sie entwickelte den Codec und ihr Soliton-Radar-System. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an Sie. Nett, Sie kennen zu lernen, Snake. Es ist eine Ehre, einer lebendigen Legende zu begegnen. Legende. Warte ab, weil es aussieht, wenn ich ihn gesteuert habe hier. Aber mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Och, Sie schmeicheln mir. Nein, im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächsten 18 Stunden kaum langweilig. Hey, ich glaub's ja nicht. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Sie überraschen mich. Ganz schön nass forsch für einen Berufskiller. Sieht so aus, als könnten wir beide noch etwas lernen. Ja, ich freue mich, den Mann, der hinter der Legende steckt, kennenzulernen. Aber zuerst muss ich Ihnen Ihr Soliton-Radar-System erklären. Der helle Punkt in der Mitte sind Sie, Snake. Nein. Die roten Punkte sind Ihre Feinde. Oh. Blaue Kegel, deren Sichtfeld. Wow. Aber nur wenn. Snake, Ihr Radar wird nicht vom Wetter beeinträchtigt. Aber wenn der Feind Sie entdeckt, können Sie ihn nicht benutzen. Ja, er wird leider schnell blockiert. Ja, er ist aktuelle Technologie. Sie können ihn in Bereichen mit starker harmonischer Resonanz nicht benutzen. Also Vorsicht. Aktuelle Technologie, die versagt. Ja, super. Sie können jederzeit über Codec mit uns Kontakt aufnehmen. Okay. Ich melde mich, wenn ich einsam werde. Im Ernst, Snake. Wir sind Ihre Unterstützung. Also melden Sie sich, wenn Sie Infos oder Rat brauchen. Ich bin für die Missionsdaten verantwortlich. Wenden Sie sich an mich. Wenn ich Ihren Status aufzeichnen soll... Doch, das ist auch nicht. Meine Frequenz ist 140,96. Es ist eine zur Datenspeicherung abgestellte Frequenz. Oh mein Gott, sie hat gezwinkert. Oh mein Gott. Sie sind ohne Ausrüstung. Bedienen Sie sich aller Waffen, die Sie finden können. Ich denke dran. Erst durchsucht mich Dr. Naomi hier. Und dann nehmen Sie mir alle Waffen weg. Stellen Sie sich mal meine Lage vor. Wer weiß, wenn Sie halt zurückkommen, lasse ich Sie vielleicht mich durchsuchen. Versprochen, Doktor. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Aber ich habe meine Zigaretten rausgeschmuggelt. Wie haben Sie das gemacht? Im Magen. Ihre Spritzen haben meine Magensäure unterdrückt. Zigaretten? Was sollen Ihnen die nutzen? Man weiß nie. Das stimmt. Man weiß nie. Aber bisher habe ich noch keine Verwendung dafür gefunden. Wenn Sie eintreten wollen. Hier ist der Eingang. Es ist der kurzeste Weg. Aber der Fallen kann Sie wahrscheinlich sehen. Soll ich an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann? Eine Wache links und eine rechts. Sie haben 5-5-6er und Granaten. Was ist mit dem Schacht bei der Tür? Im zweiten Stock sollte es auch eine Schacht geben. Ich kann ihn nicht sehen. Entscheiden Sie, wie Sie eindringen. Ich zähle auf Sie, Snake. So, wir nehmen natürlich den Weg, den ich auch im letzten Versuch hier genommen habe. Einmal gehe ich hier hin. Einfach weil, hier gibt es so ein paar Granaten, die nehme ich gerne. Und dann gehe ich irgendwo und verpisse mich hier. Weil es ist ja nicht verkehrt, wenn ich mich jetzt einfach mal hier was verpise hier. Weiß nicht, kommt er mir hier hin? Ja, er kommt hier hin. Weil beim letzten Mal hat das nämlich so geklappt, dass ich hier hinten in die Ecke gehen konnte. Und dann hatte ich da mal eine Ruhe. Ah, shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ah. Ich laufe in viel zu großen Kreisen hier. Au. Ja, gut. Das fängt schon wieder gut an hier. Ich hätte vielleicht auch vorher absprechern sollen. Aber nur vielleicht. So, warte, warte, warte. Ja, das sieht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Ihr seht auch, wir machen Fußspuren und ich weiß nicht was. Na, einfach weil sie es können. Und wenn die Leute Fußspuren sehen, dann folgen sie auch den Fußspuren und gucken dann halt, was kann man damit Tolles machen. Wen werden wir das finden und so was. Was ein bisschen ärgerlich sein kann. Aber wir sind jetzt hier eh entdeckt. Dann nehmen wir jetzt mal nicht den Weg, den ich jetzt vorgenommen habe. Wenn wir jetzt schon auf Flucht sind, hier können wir auch gleich den Haupteingang nehmen. Oh Gott. Da geht es nicht rein. Ähm. Doch. Guck, guck. Au. Au, au. Ja, stehe wieder auf. Nein, okay. Shit. Okay, ne, also Tod Nummer 1. Wow. Das kann lustig werden. Ja. Christmas. Hast du